Und dann wird man ihnen auch, wie bei uns, zigmal alles umdrehen, zigmal werden sie wieder eine andere Meinung von sich geben. Und dazu steht man das. Und sie haben von uns jetzt das beste Beispiel und wissen, wie das läuft und warum man das macht. So, und das sind sie dann nicht in dem Moment, sondern, ja, sie werden wirklich fremdbestimmt, auch wenn sie es nicht glauben. Man benutzt ihren Körper und steuert sie über ihr Hehl. Sie haben keinerlei Willen oder irgendwas anderes. Das ist eben das Traurige. So, und so wie wir ihnen diese schönen Tipps gegeben haben, werden wir auch an ihre Schicksale interessiert. Lassen Sie uns das mal mailen, und zwar bekannt denen, damit wir daraus lernen, ne, damit wir ihnen Vorschläge machen können, wie wir ihnen helfen können dabei, ne. Und, 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 damit wir jetzt mal erfahren, was los ist. So, und jedes Schicksal von ihnen ist ganz, ganz wichtig. Erstmal jetzt sowieso für die Öffentlichkeit, damit sie merken, wir sind kein Einzelfall, ne. Bloß eben ganz extrem, weil wir uns ja nicht leider alles zusammenläuft. Sondern das ist gang und gäbe was. Und selbstverständlich sind ihre, was weiß ich, 50.000 DM oder 50.000 Euro, genauso wichtig wie das, was wir alles erarbeitet haben. Weil das ist ihr Leben, das ist ihre Geschichte, das haben sie für ihre Familie aufgebaut, und so weiter und so fort. So lasst das doch gleich. Das ist alles nur, das ist das gleiche Prinzip alles. Das möchte ich da auch noch mal sagen, ne. So, und, äh, dieser Ande, äh, Mann und diese Ande-Familie, äh, würden uns doch freuen, äh, wenn das irgendwie nicht anders geht. Und sie haben uns ja kurz diese Nachricht gegeben, dass wir da mal in-gucken sollen, ne, bei YouTube. Können sie denn uns so noch mal kontakten, und uns wenigstens schreiben, wo ihre drei Geschwister liegen, in welchem Klan aus. Damit ich diese Kenner da schon mal anmelde. Und schon mal ein bisschen Druck machen kann. Weil ich bin ein ganz lieber Zeitgenotter. Man muss mich mögen. Ja, für dich auch nicht. Und ich denke auch immer nur an mich. Und nur selber essen macht dich. Ja, aber das wäre, das wäre schön, wenn sie es machen würden, dass wir uns da jetzt schon mal ein bisschen erkundigen und da schon ein bisschen Druck auszüben können. Weil sie bleiben ja dennoch anonym. Das bekommen dann bloß die Sicherheitsdienste der Welt mit. Da sollten sie sich, äh, keine Gedanken machen, dass das da nicht so ist, ne. So, und man kann froh sein, dass Anliegen noch nicht so weit sind. Sonst würde die Welt vielleicht immer noch ein bisschen anders aussehen. Aber es ist traurig, dass der Westen hier einfach alles übergibt. Und das ist besonders traurig. Oder? So, das war's. Ja, wäre schön, wäre schön, wenn sie uns kontakten würden. Also, wie gesagt, wir haben nun erst viel zu tun. Wir müssen jetzt ein bisschen was dazuschreiben. Es ist nicht so umstehen, zum Internet zu filmen, damit sie unsere Videos besser finden und besser, äh, 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 herausfilmen, ne, besser erkennen. Weil ich muss abbrechen, das wird einfach zu tun. Ich unterbreche. Ich bin da, mich für aufgerollt. Es tut mir leid. Sie sollten es auch gemäckern, es läuft nicht so so. Toll, ne? Ja, schönen Dank. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da.